Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Sontowski. Ich finde, Sie haben Ihren Minister sehr würdig vertreten, mit einer offenen und auch selbstkritischen Analyse der wirtschaftspolitischen Handlungszwänge und Möglichkeiten, am Beispiel TTIP, und haben auch die Entfremdung von Wirtschaft und Wachstum ganz gut beschrieben, glaube ich, die viele beobachten, die auch in Unternehmen gespürt wird. Also dafür ganz herzlichen Dank. Jetzt möchte ich gerne nach und nach die anderen Teilnehmer des Podiums nach oben bitten. Das ist zunächst einmal Frau Prof. Ann-Christin Achleitner. Das ist, ja, erstmal ein Applaus. Wir sind promovierte Ökonomen und Juristinnen und Inhaberinnen des Lehrstuhls für Entrepreneurial Finance an der TU München, aber natürlich auch als mehrfache Aufsichtsräte oder Aufsichtsräte in mehreren großen deutschen Unternehmen sehr vertraut mit dem, was auch in diesen Kreisen geredet wird. Und natürlich eine führende Expertin für Unternehmensgründung und Risikokapital. Herzlichen Dank, dass Sie heute hier sind. Dann haben wir Herrn Georg Fahren schon, Präsident des deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, der aber natürlich auch hinreichend Erfahrung in der Politik hat, von 2008 bis 2011 bayerischer Staatsminister der Finanzen war und davor CSU-Landtags-Bundestagsabgeordneter und Staatssekretär und außerdem von der Ausbildung her Diplom-Volkswirt. Bitte schön, ja, waren schon. Und dann haben wir den bereits angesprochenen Professor Clemens Fust, der Professor für Volkswirtschaftslehre in Mannheim ist und Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung, ZEW, aber nicht mehr lange, weil er eben, wie schon angesprochen, nach München geht, ans IFO-Institut und dort Präsident wird. Und auch er hat Erfahrung in der Politikberatung schon seit langer Zeit als Mitglied des wissenschaftlichen Beirats im Bundesfinanzministerium. Herzlich willkommen. Ja, Frau Professor Achleit, dann darf ich mit Ihnen anfangen. Gibt es eine, also würden Sie so weit gehen und sagen, dass es gibt eine wirtschafts- oder unternehmerfeindliche Grundstimmung in Deutschland und hat das auch Einfluss auf, Herr Sontowski hat das schon angedeutet, auf den mangelnden Gründungselan, den wir feststellen? Also wenn man die Frage aufgreift, ist es ganz interessant, das über die Zeitachse zu sehen. Wenn man 15 Jahre zurückdenkt, war das ganz klar so, wenn man sich fragt, wie viele Unternehmensgründungen gibt es, was macht das Bild des Unternehmers aus, dass es nicht feindlich war, aber dass es keine gesellschaftliche Wertschätzung dafür gab, es war kein klassisches Berufsbild. Wenn man das jetzt nimmt, hat sich in den letzten 15 Jahren sehr viel geändert. Jetzt kann man, Herr Fust wird vielleicht auch an Statistiken denken, also die Frage ist, welche Statistik nehme ich jetzt, aber es geht ja um wirklich die Gründungen von technologieorientierten Unternehmen und so, die Sie wahrscheinlich vor allem im Auge haben. Wenn ich mir das anschaue, hat sich sehr, sehr viel getan die letzten Jahre aus einer Reihe von Gründen. Da haben wir wirklich eine neue Art von Unternehmergeist. Das heißt, wir beobachten aber eine Sache in dieser positiven Nachricht, die wieder problematisch ist. Das geht dann auch um staatliche Förderung oder so in dem Bereich. Mittlerweile wird es sehr geschätzt, wenn es Gründungen gibt, die werden auch wertgeschätzt, aber nicht das Wachstum dieser Gründungen. Dafür haben wir dann auch weniger Finanzierungsmöglichkeiten. Wenn wir das klassische Beispiel nehmen, MyTaxi und Uber zum Beispiel, die Frage ist, wie werden diese Unternehmen dann wirklich groß, sodass wir dann ein anderes Beispiel haben wie ein SAP. Und da gibt es viele Sachen, die sich ändern müssen, von der Einstellung, aber auch von der Finanzierung. Ich hatte eine Nachfrage zu Ihrer Arbeit in den Aufsichtsräten. Es war ja durchaus zu beobachten, dass auch die großen Unternehmen, die ja nun eigentlich überwiegend ein sehr starkes Interesse an TTIP haben, sich relativ wenig und relativ spät engagiert haben. Haben Sie da eine Erklärung dafür? Ist das sozusagen so eine Art von Resignation schon gewesen, weil die erste Welle Widerstand da war? Dazu kann ich mich nicht äußern, weil ich dazu nicht wirklich was sagen kann. Ja, dann erfahren schon. Vielleicht dieses Unbehagen der Bürger, kann das auch zum Teil daher kommen, dass Sie das Gefühl haben, dass so alte Regeln für das wirtschaftliche Verhalten eigentlich nicht mehr gelten, dass es zum Beispiel, dass sich sparen lohnt. Sie als Sparkassenpräsident. Nun gibt es auch noch eine Diskussion um das Bargeld, um die Abschaffung des Bargeldes. Befürchten Sie, dass sich da grundsätzliche Zweifel an unserem Geld- und Finanzsystem breit machen? Also ja, ich glaube, wir erleben schon, dass so althergebrachte und auch richtige grundlegende Regeln, vor allen Dingen im Zusammenhang mit Geld und Währung, irgendwie zur Disposition stehen, gefühlt. Also wer vorsorgt, hat später mehr. Würde man heute sagen, wird schwierig. Oder meine Einlage ist sicher. Würde man heute sagen. Je nachdem, wie sich die Debatte im europäischen Umfeld rund um Einlagensicherung entwickelt. oder meine Freiheit steht, meine persönliche individuelle Freiheit, die steht auch in der digitalen Welt nie zur Disposition, nie in Frage. Und auf einmal merken wir, wie sich so eine Grundstimmung aufbaut, wo man sagt, Moment mal, was ist eigentlich los? Also wir nehmen schon wahr, die Fragestellung Niedrigzins führt, im Übrigen nicht nur in Deutschland. Bei den privaten Verbrauchern in ganz Europa, was ist da rund ums Geld los, führt zu einem höheren Unwohlsein. Und dann eine Mischung aus, man würde ja sagen, der deutsche Mittelstand ist in der besten Verfassung. Wir haben Eigenkapitalquoten, fantastisch. Die kriegen Angebote für Investitionskredite, da schlägt man sich die Finger dann noch ab. Aber keiner investiert. Ich sage immer ganz flapsig, der Mittelstand, die Männer und Frauen, die auch mit Unternehmergeist ausgestattet sind, die sagen, das ist viel billige Geld, das trägt den Geruch der Krise. Und diese Fragestellung, wie wichtig ist Vertrauen für die wirtschaftlichen Akteure? Und zwar für den privaten Haushalt. Jetzt können wir uns über unsere aktuelle Binnenkonjunktur nicht beschweren. Wir werden absehbar im Jahr 2016, das erste Jahr erleben, unsere These, wo die Binnenkonjunktur quasi stärkere Impulse sendet als die Exportwirtschaft. Und dennoch nehmen wir vor, da gibt es Themen, die kratzen an der Rolle von Vertrauen. Und da ist Einlagensicherung, muss ich einfach an der Stelle sagen, das nehmen wir wahr. Wir nehmen wahr, dass in den Sparkassen der Republik im alten Jahr einmal im Monat ein Brief kam, wo ein Kunde geschrieben hat, bitte quittieren Sie mir die Sicherheit meiner Einlage. Und jetzt haben wir fünf Briefe am Tag. Und was machen Sie dann? Wir versuchen, eine vernünftige Antwort zu geben. Ja, das ist ja Teil der politischen Abwägung. Alle, die wir hier im Saal wären, wären, glaube ich, in der Lage, mit einer bemerkenswerten Zuspitzung noch einen zusätzlichen Beitrag zu noch mehr Misstrauen und Unsicherheit zu liefern. Und ich war nun in politischer Verantwortung in einer Landesregierung in Zeiten 2008, 2009. Da kann ich nur sagen, da habe ich gelernt, wie wichtig es war, dass man von den staatlichen Stellen, von den politischen Stellen her, versucht, auch Sicherheit und Stabilität und Vertrauen auszustrahlen und nicht noch eine Schippe draufzulegen. Und am Ende, glaube ich, haben wir da auch einen Beitrag dazu geleistet, dass das alles bei größten Unsicherheiten und größten Ausschlägen ganz gut funktioniert hat. Und wie gesagt, dann kommt die dritte Dimension hinzu. Rund um Digitalisierung ist der private Verbraucher auch einerseits natürlich hochinteressiert. Wir nutzen es alle. Man will sich ja die Zeit ohne Mobile, Telefon gar nicht mehr ausmalen. Und gleichzeitig haben wir, glaube ich, noch nicht verstanden, dass, wenn ich hier rausgehe und über die Zeil laufe, dann bin ich im öffentlichen Raum, da habe ich Sicherheit, da kann mir keiner zu nahe treten. Und wenn ich mich bei Google bewege, bin ich halt einem Dienstleister ausgeliefert. Gefühlt glaubt der Verbraucher auch, da kann ihm keiner zu nahe treten. De facto zahlt er mit der Preisgabe seiner persönlichen Daten. Und das ist alles nicht klar. Das ist alles ganz schwer zu erklären. Die ökonomischen Elemente und Prozesse, die sich dahinter bewegen, treten in den Hintergrund, sind nicht klar. Und wenn dann noch so Themen kommen, wie aufgrund von Geldwäsche wird jetzt auf einmal ein Geldschein eingezogen. Wobei der natürlich ausgeprägte, durchschnittlich ausgeprägte Menschenverstand sagen würde, das wird jetzt die Geldwäsche auch nicht stoppen. Dann fängt auf einmal eine Debatte an, die Sie dann in den Blogs und in den Internet erfohren, überhaupt nicht mehr. Also wenn Sie sich da mal die Mühe machen, sich mit den Weltverschwörungstheoretikern, die es ja alle gibt, auseinanderzusetzen, dann kriegen Sie den Sack nicht mehr zu. Und insoweit kitzelt da ein bisschen was. Ich glaube, dass wir uns darüber im Klaren sein müssen, dass die Frage, vertrauen wir Institutionen, vertrauen wir auch Konzepten, stellt sich auch das ein, was konzeptionell gewünscht und erzielt werden soll, dass wir da wieder in eine ganz schwierige Zeit hineinlaufen. Ich würde nicht so weit gehen, dass wir heute schon sagen, das ist zerbrochen. Nein, also das ist nicht der Fall. Wir haben ja eindrucksvoll, das ist vielleicht auch ein Teil unserer Problemstellung, die deutsche Wirtschaft und der deutsche private Haushalt hat ja im Grunde in den letzten Jahren eindrucksvolle Ergebnisse eingefahren. Stabil und solide wie selten zuvor. Und man kommt sich manchmal so vor, das ist ja im Unternehmerischen die schwierigste Situation, wenn du Erfolgsjahr nach Erfolgsjahr nach Erfolgsjahr hast und trotzdem nimmst du wahr, da kommt jetzt eine Situation, da kippt es auf einmal so schnell, dass du es nicht mehr halten kannst. Was ist da an Prävention, was ist da an Vorbereitung zu treffen und wie muss man da auch versuchen, eben präventive Linien zu führen, wie kann man gerade in so einer Situation noch stärker die Stabilisatoren, noch stärker die soliden Elemente, noch stärker, die vielleicht auch die Stärken unterstreichen, die uns auch handlungsfähig halten. Ja, Herr Fust, Stichwort Vertrauen. Es ist ja immer so, dass in Umfragen die Deutschen ihre eigene ökonomische Situation eigentlich immer optimistischer einschätzen. Momentan glaube ich so optimistisch wie nie, aber die gesamtwirtschaftliche Lage eigentlich immer recht negativ. Das ist ein Riesengepp dazwischen. Ist das vielleicht so, dass sozusagen dieses ökonomische System oder manche ökonomische Fragestellungen einfach auch inzwischen so komplex geworden sind, dass man das eigentlich in der Öffentlichkeit gar nicht mehr vernünftig erklären oder diskutieren kann? Ich glaube, Sie haben das richtige Stichwort genannt. Erstmal wird die gesamtwirtschaftliche Lage als negativ angesehen. So wie ich es verstehe, also ich muss sagen, ich bin kein Kommunikationswissenschaftler oder so, sondern mehr so Autodidakt oder Praktiker. Also ich erlebe, wie Ökonomie kommuniziert wird. Und ich glaube, da gibt es ein paar Gesetzmäßigkeiten, die für die Medien allgemein gelten und für uns auch als Ökonom. Eine dieser Gesetzmäßigkeiten heißt Bad News is Good News. Die zweite lautet, sei schwarz oder weiß, aber nicht grau. Sie haben gerade gesagt, die meisten Leute hören oft in den Medien, es ist irgendwie alles schlecht. Egal, ob jetzt die Beschäftigung hoch ist oder niedrig. Es gibt also einen Bias zu negativen Nachrichten. Wir hatten selbst hier gerade zum Beispiel in unserer, in der sehr interessanten Diskussion gerade über Ungleichheit, auch einen leicht negativen Einschlag, der, wenn das Ganze jetzt in die Medien übersetzt wird, sich deutlich verstärken wird. Und das hat eben damit zu tun, dass es diesen Bias zum Negativen gibt und übrigens den Bias zur Kohärenz. Das ist ein weiteres Problem. Also die kohärente und negative Quintessenz der Diskussion gerade lautet, die Welt wird immer ungleicher, ist ganz schrecklich. Ist eine großartige Nachricht für den Medien. Die Wahrheit sieht allerdings ganz anders aus. Weltweit ist die dominierende Entwicklung der letzten zwei Jahrzehnte abnehmende Einkommensungleichheit. Punkt. Das ist die Nachricht. In den Industrieländern, aber wie Herr Bönke gezeigt hat, haben wir zunehmende Ungleichheit. Das Problem ist, diese Geschichte ist jetzt nicht kohärent und sie ist kompliziert und sie ist auch nicht rein negativ, also schwer zu kommunizieren. Einen anderen Punkt, mit dem man umgehen muss, hat Herr Sontowski angesprochen. Das ist so ein Umgang mit TTIP und solchen Dingen. Also ist jetzt TTIP gut oder schlecht für uns eine komplexe Frage. Heute ist in einer früheren Diskussion der Name Kahnemann gefallen. Also Kahnemann würde das so erklären, ökonomische Debatten folgen mit Ersetzungen. Die eigentliche Frage ist kompliziert und der öffentlichen Debatte kaum zugänglich. Deshalb wird sie ersetzt durch eine einfache Frage. Zum Beispiel die Frage, ist TTIP gut oder schlecht, wird ersetzt durch die Frage, was habe ich für ein Bauchgefühl, wenn ich ein Klorhühnchen sehe. In der Flüchtlingsdebatte die Frage, ist die Zuwanderung, nützt uns die Zuwanderung oder nicht? Diese Frage wird ersetzt durch die Frage, was habe ich für ein Bauchgefühl, wenn da eine Gruppe armer Leute über die Grenze kommt. Das ist eine ganz andere Frage. Aber mit diesen Ersetzungsprozessen, glaube ich, Vereinfachung, Negativitätsbeiß, muss man umgehen, wenn man in dieser Debatte sich bewegt. Ich will mich jetzt nicht beschweren, das hört jetzt sich so an, als würde ich hier rumheulen, dass das alles nicht differenziert genug ist und so. Damit muss man umgehen. Aber ich glaube, man muss das verstehen, wenn man in diesem Bereich kommuniziert, wie diese Debatten funktionieren. Also wenn man als Ökonom gehört werden will, muss man sein, einseitig und negativ. Und man muss eine kohärente Geschichte erzählen, die möglicherweise nichts mit der Realität zu tun hat. Dann hat man Erfolg. Ich finde, das haben Sie sehr schön zusammengefasst, auch wenn es natürlich ein wenig Medienschelte enthielt, die ich auch gerne entgegennehme. Aber nun gibt es natürlich auch, hat sich durch die sozialen Medien vielleicht die Diskussion auch ein bisschen verändert. Da würde ich gerne Herrn Dr. Sontowski noch mal, Sie hatten das schon angetippt. Führen die sozialen Medien aus Ihrer Sicht dazu, dass eigentlich bestimmte Gruppen nicht mehr miteinander kommunizieren, sondern sich nur noch sozusagen sozusagen sich ihre eigenen Meinungen innerhalb der Gruppe verstärken sozusagen und gar nicht mehr offen sind für andere Argumente. Und wie kann die Politik damit umgehen? Ja, das Netz ist ja erst mal frei. Und es gibt böse Stimmen, die sagen, dass gelegentlich das, was sich im Internet auslebt, ein Teil auch eines virtuellen Stammtisches ist. Das heißt, der ist dann praktisch nicht mehr begrenzt. Da sitzen nicht die Honorationen wie früher, jetzt denke ich mal am Bayern, um einen großen Tisch herum. Dort gibt es bestimmte stilistische Grundkriterien, an die man sich hält, sondern wer heute ins Netz geht, weiß, dass dort jede tiefe Schublade gezogen wird, mit Klarnamen, Dinge gesagt werden, die man früher vielleicht nicht gesagt hätte. Das ist schon allein eine Stilfrage. Sie wissen selbst, dass aus Online-Medien wie Spiegel Online längst ein Etikett herrscht. Bestimmte Dinge werden nicht mehr abgedruckt, weil sich dort etwas auslebt, wo die 20 ersten Artikel unseres Grundgesetzes diese Meinungsäußerungen, die, ob das Verschwörungstheorie sind, ob das Beschimpfungen sind, ob das bis zu Mordversuchen, wo sich nachher manche Leute relativieren, das hätten sie doch nicht so gemeint. Ich glaube, dass das Netz quasi zu einer Form auch verbaler Verrohung geführt hat. Daran ist nicht das Netz schuld, weil das ja am Ende eher eine Technologie ist, die sich allerdings jetzt übersetzt in eine neue Form von Kulturverständnis. Als gehöre das dazu. Das muss man ja doch mal sagen dürfen. Und ich glaube, dass das einfach zu einer Simplifizierung und zu einer Vereinfachung führt. Ich mache auch keine Medienkritik, aber ich glaube, dass unsere herkömmlichen Printmedien immer noch Formen des Anstands und des Arguments haben, wo etwas ausgetragen wird. Da gibt es ein Pro, da gibt es ein Contra, da werden Argumente ausgetauscht. Das, was wir hier heute machen, ist ja alles im Sinne quasi zivilisiert. Wir versuchen uns zu überzeugen, wir dürfen das Argument gelten lassen. Und ich glaube, das findet im Netz nicht mehr statt. Und darum ist dort quasi kein wirklicher Dialog, der stattfindet, sondern es gibt Anhänger, es gibt Verschwörungstheoretiker, es gibt Rebellen da. Und das ist am Ende eine destruktive Vetomacht für mich, die nicht mehr dazu führt, dass man in einer Diskussion, was Sie am Ende immer auch dialektisch nennen können, zu einer höheren Form der Erkenntnis führen. Sie tragen Ihren Standpunkt vor. Der bleibt entweder unwidersprochen oder widersprochen, aber er führt eigentlich nicht zu einem Erkenntnisgewinn. Ich habe jedenfalls im Netz, ich bin jetzt nur eine der, glaube ich, größten Nationen dieser Welt. Ich gehöre zu Facebook. Ich habe da aber ein, glaube ich, Profil, da können Sie mein Gesicht nicht sehen. Ich will einfach nur wissen, was dort passiert. Und darum gucke ich gelegentlich rein und bin erschrocken. Wirklich manchmal erschrocken. So ist es ja auch, glaube ich, in Feldenkirchen gegangen, als er aus Amerika zurückkam, glaube ich, nach zwei Jahren als Journalist und hat sich gewundert über Deutschland, wie verrot manche Debatten sind. Und das kann einen schon, ich sage mal, besorgen. Ich bin jetzt nicht so jemand wie Uwe Seeler, der immer besorgt ist um das Schicksal des HSV, aber zurzeit nicht. Aber das besorgt mich wirklich in der öffentlichen Debatte. Ich glaube, das müssen wir gemeinsam, jedenfalls in zivilisierter Form, versuchen, entweder zurückzuführen oder wir müssen die Kraft des Argumentes wieder entdecken. Und das bedeutet, dass man doch sich vernünftig verhalten muss und Stilfragen wieder entdeckt. Frau Achenleiter, nun gibt es ja in Deutschland vielleicht weniger als in anderen Ländern so einen Austausch zwischen verschiedenen Eliten, zwischen Politik, Wirtschaft, akademischen Bereichen und so weiter. Sie sind natürlich ein Gegenbeispiel. Aber spielt das auch eine gewisse Rolle, wenn man die andere Welt nicht kennt, kann man sich nicht wirklich austauschen, nicht wirklich diskutieren? Ich glaube, was Sie ansprechen, kann man wirklich sehen im Vergleich zu anderen Ländern, England, Frankreich, Amerika, da, wo wir es kennen. Und ich glaube, es hängt damit zu tun, dass jede Sache im Leben Vor- und Nachteile hat. Und wir sind hier sehr stark auf die möglichen Missbräuche, die möglichen Probleme, die natürlich da sind, die ich nicht klein darstellen will, fokussiert und sehen, nicht die Vorteile, die es hat, dass man verschiedene Logiken sieht. Also wenn ich zum Beispiel jetzt über wirtschaftspolitische Beratung rede, heute Morgen, das ist Grenzen der Machbarkeit, was kann ich umsetzen, was habe ich am Gesamtbild, so geht es auch bei Medien. Und ich glaube, dass es hilft, diese verschiedenen Blickwinkel auf etwas zu haben, um dann sozusagen gemeinsam etwas miteinander zu entwickeln und das nicht als Silo-Denken zu machen. Aber ich sehe im Moment keine Tendenz in Deutschland, dass das mehr kommt. Es gibt ja verschiedene Bereiche, also Medien, Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, sondern ich sehe eher eine gegenläufige Entwicklung, dass man sich sehr stark fokussiert auf die Probleme, die möglicherweise entstehen, wenn es Grenzgänge gibt. Herr Fahnschon, Sie hatten eben das Thema Digitalisierung angetippt. Das hat uns heute hier und da schon mal begegnet. Wir haben so manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass da vielleicht das nächste TTIP-Thema hochkommt. Ja, dass dieses Thema Digitalisierung des Arbeitsmarktes, welche Folgen hat das? Dass das sozusagen eine ähnliche Ablehnungsfront gegen Industrie 4.0, gegen digitalen Wandel mit sich bringen könnte. Sehen Sie das auch? Also würde ich jetzt nicht so sehen. Ich meine, wir haben einen Mismatch. Also wir wissen, dass Digitalisierung Internet, Digitalisierung 4.0 oder Internet 3.0 oder was auch immer, wird viele Arbeitsplätze kosten, wird aber auch viele Arbeitsplätze neu möglich machen. Das Problem ist nur, dass diejenigen, die gegebenenfalls ihren Arbeitsplatz verlieren, nicht passend sind für die neuen Möglichkeiten, die sich ergeben. Aber am Ende nehme ich jetzt nicht wahr eine wirkliche Debatte nach dem Motto, ich will die Möglichkeiten, die mir auch eine stärkere Vernetzung bietet, will ich nicht nutzen. Also ich habe ja keine, es ist ja keine, keine Zurückhaltung auf breiter Front, sondern es ist eigentlich doch eine große Neugier und ein großes Interesse. Interessanterweise ist das, was wir feststellen, Sparkassen sind natürlich auch immer sehr stark auf die regionalen Kreisläufe orientiert, aber wir nehmen wahr, wie wichtig regionale Nachrichten, wie wichtig regionale Rückkopplungen sind. Also das Internet unserer Zeit ist doch sehr viel stärker quasi auf die regionale Nutzung dieses Netzwerks ausgerichtet, als noch vor zehn Jahren, wo es nur darum ging, ich kann meinen Studienfreund, der irgendwie noch in den Staaten ist, per Mail gut erreichen. Was wird heute abgefragt? Es werden die regionalen Verkehrsnachrichten, es werden die regionalen Wirtschaftsentwicklungen, es werden, da ist sehr viel Spannendes drin. Und am Ende glaube ich, dass wir, natürlich nehmen wir wahr, dass gerade aus den Vereinigten Staaten, Stichwort Silicon Valley, sehr viel Pace gemacht wird, sehr viele Strukturen, sehr viele Standards auch gesetzt werden. Unangenehmerweise setzen die sich auch weniger mit kontinentaleuropäischen Initiativen auseinander. Das gesamte Silicon Valley debattiert immer erstens sofort die weltweite Skalierung neuer Produkte, sofort und vor allen Dingen die pazifische Komponente. Also auf der anderen Seite ist die Silicon Valley, jeder der mal war, jeder der da auch Kontakte hält, der wird bestätigen, die brutzeln da auch im eigenen Saft. Also so richtig ans amerikanische Hinterland denken die da auch nicht mehr. Und insoweit ist die Kraft der Region, ist die Kraft des Mittelstands, ist die Kraft von klassischer, sauberer Arbeit, handwerklicher Qualität, ist nach wie vor ungebrochen. Ich glaube, vor der großen Herausforderung, vor der wir stehen, ist Europa, den Deutschen, allen Beteiligten, der Wirtschaft, dem Mittelstand klar zu machen, dass jeder an sein Geschäftsmodell ran muss. Jeder muss sich damit auseinandersetzen, welche Möglichkeiten, welche Herausforderungen unter Digitalisierung da im Raum stehen. Und es muss jedem klar sein, er kommt nicht dran vorbei. Das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Lektion. Auf der anderen Seite kann man meines Erachtens da durchaus auch Hilfestellung geben, um auch mit guten Beispielen zu sagen, da ist aber auch viel dran. Also ich finde, hier, wir sind bei Wissenschaftlern, ich bin nach wie vor fasziniert, wir haben heute Vormittag darüber gesprochen, der Kollege, der eine der ersten Vorlesungen elektronisch in Stanford angeboten hatte, der erstmal überrascht war, wie viele sich da melden, und der gedacht hat, er fliegt jetzt von der Uni, weil es so viele sind. Aber der noch viel faszinierender war, die Abschlussarbeiten dieser Klasse, die beste Klasse eines in Stanford angemeldeten und quasi anwesenden Studenten, die war Platz 400 oder 425. Das heißt, 420 Menschen, die virtuell seiner Vorlesung über künstliche Intelligenz gefolgt waren, waren besser als derjenige, der sich Stanford hat leisten können. Wenn das nicht faszinierend ist, was da für Potenzial eigentlich schlummert, dann frage ich mich, was ist sonst faszinierend? Aber da sind wir wieder beim Thema Chancengleichheit, auch Einkommensgleichheit. Ich würde das gerne mit dem Thema Digitalisierung verknüpfen, weil ja auch vieles dafür spricht, dass die neue digitale Wirtschaft, in die wir uns hineinbewegen, diese Ungleichheitstendenzen weiter verstärkt. Und dass wir möglicherweise in so eine Art Winner-takes-all-Economy reinkommen. Herr Fuß, wie würden Sie das sehen? Ist da, besteht da eine Gefahr? Und das würde ja wiederum wahrscheinlich auch die Akzeptanz des Wirtschaftssystems noch mal weiter untergraben. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir das nicht wissen. Klar ist, es gibt Beispiele, da führt es dazu, dass Leute, die gestern arm waren, heute Einkommen haben. Also es gibt in Indien Programmierer, die arbeiten heute für Unternehmen im Westen, die konnten das früher nicht. Die waren arm und die haben dadurch jetzt Chancen. Klar ist wohl auch, dass Digitalisierung bedeutet, man muss eben besser ausgebildet sein als früher. Man muss also so einen Computer bedienen können, führt das zu mehr Ungleichheit. Es überwindet Entfernungen. Ich glaube, also dieses Teil der Ungleichheit, die wir heute beobachten, ist der sogenannte London-Effekt. Also wir haben bestimmte Regionen, in Deutschland würden wir vielleicht sagen München oder Frankfurt-Effekt, bestimmte Regionen, die ein unglaubliches Produktivitätswachstum haben und andere halten einfach nicht mit. So entsteht Ungleichheit. Bei Digitalisierung könnte es so sein, dass Entfernungen, also Death of Distance, heißen Buchtitel, dass Entfernungen eine geringere Rolle spielt. Aber ist das wirklich so? In Silicon Valley hängen die immer noch alle zusammen. Warum? Weil es offenbar auch in der digitalen Welt noch wichtig ist, dass man miteinander redet. Das sind also, glaube ich, sehr unterschiedliche Entwicklungen. Ich sehe jedenfalls überhaupt keine Basis dafür, zu sagen, Digitalisierung führt zu einer Winner-Takes-It-All-Economie. Eher schon sozusagen das Aufkommen der Massenmedien. Das bestimmt. Also die Superstar-Economie ist ein Beispiel dafür. Über Massenmedien, die ja viel älter sind als das Internet, kann man eben mehr Leute erreichen und deshalb im Sport, unter den Künstlern, gibt es eben einige wenige, die plötzlich überall ihre CDs verschickt haben. Also Mozart wäre heute Multimillionär, ihm fehlten einfach auch die CDs. Aber Sie haben doch diesen Effekt der Plattformisierung, wenn man das mal so ein bisschen ungelenkt nennen will, also wie Uber, wo man vorher eine Berufsgruppe hat, die aber dann, die, naja, vielleicht so ein bisschen kartellartig organisiert ist auch in manchen Gegenden, wo aber dann eine Plattform, die einen Betreiber hat und der im Grunde den großen Teil der Rendite abschöpft, die vorher verteilt hat. Da ist es mehr die Machtfrage mit Verteilungskonsequenzen. Das ist im Internet, das spielt bestimmt eine große Rolle. Wir haben diese Auseinandersetzung verloren. Der Zug ist abgefahren. Also die Dominanz, was Plattformen angeht, was bestimmte Unternehmens- und Geschäftsmodelle angeht, das ist eine Sache, die findet in den USA und in Südkorea statt, nicht in Europa. Diese Auseinandersetzung haben wir leider verloren. Gott sei Dank kann man sagen, ist ja das Internet auch oder die digitale Wirtschaft eine so dynamische Sache, dass auch Geschäftsmodelle schnell mal wieder zerstört werden. Also wir wissen nicht, ob Amazon jemals Geld verdienen wird. Wir wissen es einfach nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, aber wir wissen es nicht. Es kann auch was Neues aufkommen und dann ist ganz schnell Ende. Also möglicherweise sind diese Geschäftsmodelle fragiler und diese macht es nicht von Dauer. Aber wenn sich das wirklich durchsetzt, so wie wir es kennen, also gewisse Standards sich dann global durchsetzen, dann ist es natürlich ganz schwierig. In der Tat kommt es zu der Verfestigung wirtschaftlicher Macht mit den Konsequenzen für Verteilung, die wir eigentlich nicht haben wollen. Ich würde jetzt gerne mich ans Publikum wenden und weil Sie ja sehr diskussionsfreudig sind, um die ersten... Hier vorne Herr Welfens, ja, genau. Haben wir nochmal einen... Dankeschön. Ja, vielen Dank. Welfens, Europäisches Institut, Wuppertal. Ich habe eine Frage eigentlich zu TTIP. Wenn ich mir das anschaue, kollektive Intelligenz, dann denke ich, ehrlich gesagt, an die größte Partei, in Anführungszeichen, das ist der BUND. Die haben mehr Mitglieder als die größte Partei in Deutschland und ich finde, das ist ein gewisses Problem an der Stelle. Ich bin nicht gegen Umweltschutz, aber das sind die Umweltschützer, die uns mit ihren, muss ich jetzt sagen, tollen Netzwerken und digitalen Aktivitäten große Schwierigkeiten machen. Wir als Ökonomen kommen im Internet mit unseren Pro-Argumenten sehr viel schlechter rüber und da finde ich, müssen wir natürlich fragen, was können wir als Profession an der Stelle besser machen, vielleicht auch die Politik. Ich will einen zweiten Aspekt nennen und das macht mich eigentlich besorgt und auf der anderen Seite als Gebührenzahler ärgerlich. Wenn ich ARD und ZDF nehme, ich habe immer gedacht, wir zahlen doch alle Gebühren, ob ich jetzt für oder gegen TTIP bin, als erwarte ich, dass die eine neutrale Berichterstattung machen, was sie nicht tun aus einem wiederum nachvollziehbaren Eigeninteresse, denn, wie heißt es so schön, im Internet ist eben die USA so weit vorne, wir liegen so weit hinter, jeder Journalist, mit dem ich spreche, sagt, ja natürlich, wir haben Angst vor TTIP, weil es wird noch schlimmer als im EU-Binnenmarkt. Da muss ich sagen, okay, dann macht ihr euren Interessenkonflikt öffentlich und wir brauchen als Gesellschaft eine offene Debatte. Das kann nicht sein, dass ARD und ZDF sozusagen die demokratische Auseinandersetzung an der Stelle behindern. Und der letzte Punkt, wir haben selber, also an meinem Institut gerade vor einem Tag versucht, eine Wissenschaftsfrage mal neu zu bespiegeln. Das kann ja auch nicht sein, dass wir bei TTIP nur über Handelsvorteile reden. Die USA und die Europäische Union, das sind die zwei größten Quellenländer von Direktinvestitionen, das sind die zwei innovationsstärksten Länder und natürlich müssen wir fragen, was sind denn eigentlich, bin ich jetzt bei Wachstumseffekten, was sind denn die Einkommenseffekte von mehr Innovation, von mehr Direktinvestitionen, die wir durch TTIP bekommen. Unsere Antwort unterm Strich sind zwei Prozent plus beim realen Einkommenswachstum, das ist viermal so viel, wie die Kommission sagt. Und dann frage ich mich, warum legt uns die Kommission, die Europäische Kommission, in dem methodisch ansonsten vernünftigen CEPR-Gutachten eben eine Story vor, die weniger als die Hälfte der Analyse sozusagen für uns, die Bürgerinnen und Bürger, für die Wissenschaftler auf den Tisch legt. Ja, ich finde, wir müssen an der Stelle auch zu uns sozusagen als Community, als Wirtschaftswissenschaftler, wir müssen einfach kritischer sein. Das kann nicht sein, das ist Deep Integration, das ist nicht einfach irgendeine Story wie in den 50er, 60er Jahren. Das ist Direktinvestitionen und Innovation. Und das ist sozusagen, finde ich, eine Geschichte, da müssen wir einfach mehr liefern. Das kann die Öffentlichkeit durchaus verstehen. Und gerade wir in Deutschland werden überproportionale Effekte positiver Art haben. Das kann doch nicht sein, dass Großbritannien, Irland und Deutschland als die drei Länder, die die größten Vorteile haben, Schwierigkeiten haben, das der Öffentlichkeit zu vermitteln. Ja, wie kann man eine ökonomische Story, wie kann man sozusagen eine Gegenöffentlichkeit oder eine Plattform schaffen, mit der man solche ökonomischen Argumente vertreten kann, was natürlich vorher eine Einigung der ökonomisch Interessierten voraussetzt? Wer möchte sich dieser Frage, dieser schwierigen Frage, mal widmen? Bitte. Also erstmal glaube ich nicht, dass die Ökonomen sich einigen müssen. Also das erweckt ja Misstrauen. Wenn alle eine Meinung sind, dann würde ich sagen, wenn ich höre, dass alle Ärzte einer Meinung sind, dann werde ich misstrauisch. Das ist ja auch nicht. Also das ist ja nie so. Streit ist ja gut. Ich glaube, man muss einfache, verständliche Argumente vortragen. Zum Beispiel, dass Deutschland, der Wohlstand in Deutschland auf dem Export beruht. und das spricht mal grundsätzlich für Offenheit gegenüber solchen Dingen wie TTIP. Aber in der Tat, glaube ich, muss man etwas tun, was Herr Santowski sagte. Man muss dann die Wie-Frage stellen und die Ängste der Leute muss man dann schon ernst nehmen. Also man kann nicht sagen, dass das jetzt alles völlig falsch und fehlgeleitet wäre, was da an Kritik kommt, sondern wenn ein Bürger, der jetzt vielleicht kein Wirtschaftsfachmann ist, fragt, ja, ist es dann so, dass gewisse Sicherheitsstandards vielleicht nicht mehr gelten oder kriege ich dann Gen-Mais untergejubelt, wenn ich ihn nicht essen will. Ich finde, das ist eine legitime Frage, mit der muss man sich auseinandersetzen. Oder können Gerichte dann die Bundesrepublik verklagen, wenn hier irgendein Gesetz erlassen wird und dann muss Google da irgendwas erstattet werden. Also ich finde, das sind alles vollkommen legitime Fragen. Leider werden eben diese Abkommen oft so absolut diskutiert. Also entweder man ist gegen Globalisierung und multinationale Unternehmen und ist dann komplett dagegen oder man ist dafür. Also man muss in die Details einsteigen. Wir hatten natürlich eine Phase der Deregulierung der Freihandelsabkommen und so weiter, die natürlich viele Menschen jetzt speziell auf die Finanzmärkte bezogen auch mit der Finanzkrise verbinden und der Wirtschaftskrise, dass man halt gesehen hat, da ging Deregulierung offensichtlich zu weit und dem Staat ist die Kontrolle über einen Sektor entglitten und das hat riesigen Schaden angerichtet. Ist das nicht auch ein Grund hinter, wenn ich Sie mal ansprechen in der Verfahren schon, ist das nicht auch so ein bisschen so ein Grund, der hinter der Skeptis oder hinter so einem TTIP ist böse steckt? Also ich glaube, es ist fürchterlich vielschichtig. Ich bin kein TTIP-Experte. Ich nehme nur wahr, wir haben eine völlig offene Debattenstellung, wo sind die Stärken kontinentaleuropäischer Gesellschafts- und Wirtschaftsstrukturen im Gegensatz zum eher anglikanischen. Investmentbanking wäre falsch, wäre auch verkürzt, aber die Wirtschafts- und Gesellschaftsstrukturen in den Vereinigten Staaten sind anders ausgeprägt und diesen Abgleich, der ist nicht klar, der ist nicht greifbar. Wir haben sogar eher Beispiele, wo wir sagen würden, da sind wir eigentlich mit dem, was Kontinentaleuropa ausmacht, Dezentralität, starker Mittelstand, Personen- und inhabergeführte Unternehmen im Gegensatz zu Kapitalmarktorientierung, vielleicht sogar auch besser beraten. Und jetzt kommt ein Konzept, wo wir merken, da wird immer stärker, vor allen Dingen auf internationaler Ebene werden Linien gezogen, wo wir uns mit uns und Grundstrukturen nicht mehr durchsetzen. Das ist ein Teil des Problems. Ein riesiges Problem ist, dass die Wirtschaftswissenschaften müssen im Grunde eine dreifache Transmission schaffen. Sie müssen ja quasi mit den Effekten, mit den Zusammenhängen, die in der Wirtschaftswissenschaft auch eine Rolle spielen, müssen sie jetzt erstmal Top-Verhandler erreichen. Sie müssen im Zweifelsfall Top-Entscheider erreichen. In den politischen Gremien müssen die Top-Entscheider dann mit einer anderen Transformationen ihre Fraktionen erreichen. Minister muss heute in die Fraktion. Und da geht es immer darum, dass Minister seine Entscheidungen, seine Einschätzungen auch erstmal an die eigenen Leute bringen muss. Und dann müssen die eigenen Leute auch mit einer Kommunikation und deshalb spielt Kommunikation in unserer, auch Mediendemokratie, in unserer immer stärker individualisierteren Gesellschaft eine so große Rolle. Dann muss die dritte Transformation geschaffen werden, dass der Abgeordnete das Gefühl haben muss, dass mit den Argumenten, die ihm der Minister jetzt vorträgt, er dann auch vor seiner Wähler reden kann. Und insoweit steckt da richtig Hirnschmalz dahinter. Sie müssen vorne erkennen, um was es geht. Dann müssen sie versuchen, mit den Einschätzungen auch die Entscheider auszustatten und müssen gleichzeitig noch die Kommunikation mitziehen, damit sie am Ende in unserer Systematik, jeder will ja, der auch entscheidet, auch in Zukunft an der Entscheidung teilhaben, auch weiterhin mehrheitsfähig bleibt. So, und das durchdekliniert, ohne dass sie nur über Kommunikation reden, sondern auch die Generalentscheidung nicht aus dem Auge verlieren, ist wirklich komplex. Und wir merken, selbst wenn sie das optimal durchdekliniert haben, kommt jemand um die Ecke, der sagt, TTIP ist böse. Ich will Herrn Fahren schon recht geben in der Grundeinschätzung dessen, dass es natürlich immer was mit Kommunikation zu tun hat und dass Kommunikation heute einfach, wenn sie kohärent bleiben will, doch eine komplexe Anstrengung von vielen Akteuren bedeutet, die sich übrigens nicht einfach abstimmen können, elitär, also wir sind uns einig und jetzt gehen wir mal los. Ich nehme mal das Beispiel und entferne mich mal ganz kurz von TTIP und rede mal darüber, was in Großbritannien zurzeit stattfindet und in wenigen Monaten bei einem Referendum zur Wahl steht. Bleibt man sozusagen Teil der EU? Verlässt man die EU? Und was muss der britische Premierminister sozusagen nach Hause bringen, damit er die Bevölkerung überzeugt? Sie haben im Grunde genommen und wir brauchen auch in dieses Thema gar nicht tief einzusteigen. Sie haben in jeder Gesellschaft haben sie, ein Drittel ist dafür, ein Drittel dagegen, kümmern sie sich nicht um das Drittel, was dagegen ist, die können sie nicht überzeugen, aber das Schwanken der Drittel dazwischen, das müssen sie überzeugen und das müssen sie mit guten Argumenten überzeugen. Der Cameron hat nur eine Angst, dass es irgendein prominentes Gesicht gäbe in Großbritannien, was gegen den Verbleib von Großbritannien in der EU ist. Das könnte ja der Londoner Bürgermeister sein, aber dann kippen Stimmungen und diese Stimmungen, die immer sozusagen im Schwanken sind, dafür müssen sie viel Arbeit investieren, gute Argumente, sie dürfen nicht nachlassen. Ich mache jetzt keine ARD, ZDF, das habe ich ja schon gemacht, aber ich glaube, da ist auch ARD und ZDF in Anführungszeichen gar nicht mehr ausschlaggebend. Schauen Sie mal in den Osten dieses Landes, da ist auf den ersten drei, vier Stellen einer Fernbedienung gar nicht mehr ARD oder ZDF, sondern da werden sie über viele Kanäle kommunizieren müssen. Das Problem ist, sie dürfen nicht nachlassen in der Kommunikation und irgendwo müssen Eliten glaube ich kapieren, dass die Basis immer schwankend ist. Sie müssen immer überzeugen. Es ist mehr Anstrengung auch für Überzeugungsarbeit nötig, wenn sie bestimmte Dinge, die sie als richtig erkannt haben, umsetzen wollen. Da dürfen sie nicht nachlassen. Ich denke an, sage ich mal, der Partei, der ich seit knapp 40 Jahren angehöre, die hat auch ein, sage ich mal, durchaus ambivalentes Verhältnis zum Thema TTIP, zum Thema Freihandel. Auch da müssen sie Überzeugungsarbeit leisten. Das geht übrigens anderen Parteien nicht anders, sage ich jetzt ganz vorsichtig. Und der Herr hat ja gesagt, das BUND oder der BUND ist größer an Mitgliedern in Anführungszeichen, als das die Parteien in Deutschland sind. Ich könnte jetzt viel ausholen, warum das so ist und warum die Parteien so an Mitgliedern verloren haben. Natürlich, die Deutschen, habe ich mal in einer Philosophie-Zeitschrift gelesen, die zeichnet drei Eigenschaften aus. Sie bauen gern, wir sind eben halt die Ingenieure, wir schützen gern, wir sind Naturschützer, darum sind so viele Leute mit dem Naturschutz beschäftigt und wir fürchten uns gern. Also das heißt, ein positives Weltbild, ich will jetzt nicht in die Historie aus, das gehört nicht so unbedingt zur deutschen Vorstellung. und ich glaube, wir müssen wieder bei manchen Fragen zuversichtlicher sein. Am Ende sind uns doch unglaubliche Dinge in der Geschichte seit 1945 gelungen und ein bisschen von dem Spirit, das muss man nicht überhöhen, das fehlt mir manchmal in öffentlichen Debatten, man ist schnell dabei, in Dogmatismus zu verfallen, deshalb gebe ich Herrn Fust recht, manchmal ist das Argument, wie macht man etwas, nicht ob macht man etwas, da bin ich immer schnell, da habe ich immer die drei Gruppen und die Schwankenden muss ich erreichen, denn die wollen überzeugt werden, die Schwankenden. Ja, sehr schön zusammengefasst. Ich habe jetzt fünf Wortmeldungen, die ich jetzt nach, also wo ich Sie bitten würde, jeweils in einer Minute Ihre Frage zusammenzufassen und dann machen wir noch eine Abschlussrunde hier, so viel Zeit haben wir noch. Christel Riedel, als Juristin bin ich so lange kritisch mit TTIP, wie ich kein überzeugendes Konzept sehe, des Investitionsschutzes, welcher nicht zu Lasten nationaler Regelungsmöglichkeiten geht. Da bitte ich Sie um eine Antwort. Das Chlorhühnchen ist eher eine ärgerliche Metapher für mich. Dann ganz hinten rechts von hier aus gesehen. Es gibt jetzt Kilometergeld. Stephanie Koppmann, ich wollte gerne einen Appell auch hinterlassen zu den deutschen Ansätzen, Furcht oder Tüftelei. Wir müssen ja wirklich schauen, wie stehen wir in zehn Jahren da und wir können uns ja vor der Globalisierung eigentlich nicht drücken. Die ist ja am Laufen und deswegen mein Appell wäre wirklich Vollgas zu geben mit allen Sponsoren, die da an der Tafel auch stehen, zu investieren, damit unsere Jugendlichen heute und die Kinder das Tüfteln in der Digitalisierung lernen. Wo sollen sie das lernen? Wo haben sie den Freiraum zu experimentieren, zu programmieren? Die können ja nicht mal mehr die Tür öffnen in zehn Jahren, wenn sie nicht wirklich irgendwie den Fehler beheben können im System. Ich glaube, dass wir hier den Anschluss verpassen, wenn nicht wirklich mit geballter Kraft hier investiert wird und dieses Know-how in der Breite etabliert wird, damit wir auch diese Brains, die vielleicht jetzt in Indien sitzen und ihre Chance ergreifen, dass wir das auch in Deutschland haben und nicht den Anschluss verpassen, weil sonst sprechen wir glaube ich in zehn Jahren über ein ganz anderes Problem. Vielen Dank, ist angekommen. Jetzt nochmal Herr Hörisch hier und Herr Bachmann. Könnten Sie bestimmt. Die Deutschen fürchten sich gerne, sagten Sie, stimme Ihnen vollkommen zu, aber dann ist ja leicht zu erklären, dass man nicht paranoisch begabt sein muss, um Bedenken zu haben gegenüber einem Vertrag, den keiner kennt. Ich würde ihn gerne lesen. Wo kann ich den Vertrag lesen, über den ich meine Meinung bilden soll? Selbst bei Bundestagsabgeordneten ist ja glaube ich die Zugangsregelung absolut eng und knapp. Die dürfen keine Kopien machen, haben glaube ich eine halbe Stunde Lesezeit. Ich dachte immer, das sind böse Feindgerüchte, aber das scheint wirklich so zu sein. Wie soll man denn nicht Furcht entwickeln gegenüber einer Black Box, in der man nicht weiß, was drin ist? Ich habe zwei Juristen gefragt mit der Frage, will das Thema gar nicht vertiefen, wie sinnvoll ist es, deutsche Staatstheater so zu subventionieren, wie wir das machen. Man kann ja mit gutem Grund dagegen sein und habe die gefragt, kann man sich auf TTIP berufen, wenn man sagt international, die Subvention deutscher Theater in Frankfurt oder so muss eingestellt werden. Der eine sagte ja, das wäre eine Grundlage, um gegen Subventionierung von öffentlichen Theatern zu klagen. Der andere sagte nein. Und als ich dann fragte, habt ihr den Vertrag gelesen, sagten beide nein. Ich weiß gar nicht, wo die ihre Infos her haben. Und das wäre meine Frage, entschuldigen Sie, Herr Staatssekretär, an die roten Socken. Haben Sie den Vertrag gelesen? Kann ich den lesen? Und wenn ja, wo kann ich den lesen? Danke. Jetzt hier nochmal zu Herrn Bachmann, bitte. Ja, auch eine Frage an den Herrn Staatssekretär. Warum hat man sich eigentlich nicht Modelle, historischen Modelle von erfolgreicher Integration zum Vorbild genommen? Wir wissen ja, wie das in Europa, was ist das vielleicht das beste Modell, das wir haben, wie das gelaufen ist, nämlich schrittweise. Warum hat man mit diesen Maximalforderungen, warum musste man alles in dieses TTIP reinpacken? Warum hat man nicht einfach damit angefangen, die relativ unkontroversen Teile wie, naja, wir brauchen halt einheitliche Außenspiegel oder die sollen halt gleich blinken und die Amerikaner sollen, wir müssen uns halt irgendwie einigen auf rote Blinker oder gelbe Blinker, also Dinge, die irgendwie unkontrovers sind. Warum musste man, und dann lässt man das mal laufen, schaut, wie sind eigentlich die Wohlfahrtseffekte, wie sind die Handelseffekte danach, wie sind die Direktinvestitionseffekte, wie sind die Innovationseffekte und macht das dann Schritt für Schritt auf eine immer weitere Integration hin. Warum musste man sozusagen alles in dieses TTIP packen und nicht mal mit den sozusagen Low-Hanging-Fruits anfangen? Das scheint mir eine bessere Politik zu sein. Jetzt noch kurz Herr de Reus und dann machen wir eine schnelle Beantwortungsrunde. Ich vor allem Ihnen noch die... Ja, danke. Dieses Themenblock heißt kollektive Intelligenz und ökonomische Vernunft, ein Widerspruch. Ich sehe einen Widerspruch zwischen kollektive Verständnis und ökonomische Vernunft. Fraglich ist, ob das kollektive Verständnis immer so intelligent ist. Und zwar hat das vielleicht mit die Medienstörung zu tun, aber meine... Ich glaube, Professor Fuß hat das auf den Punkt gebracht, der sagt, komplizierte Debatte werden dann reduziert und da kommt dann eine Ersatzdebatte. Und das ist bei TTIP der Fall. Das ist bei TTIP der Fall. Also jetzt ist für uns auch als Bettelsmann Stiftung die Frage, wenn man in so einer Debatte weiter mitmacht, was brauchen wir dann? Brauchen wir da... Wenn so eine Ersatzdebatte schon eingestiegen ist, braucht man dann mehr rationelle Argumente? Braucht man die hinterliegende Ängste seriös zu nehmen und dann die Debatte darauf einzugehen, wenn das überhaupt möglich ist? Oder braucht man einfach andere Akteuren, die nochmal etwas sagen? Ist die Glaubwürdigkeit von den jenigen, die in die Debatte spielen, schon gar weg? Also die Frage bei diesem Thema-Block ist, glaube ich, genau über die Diskrepanz zwischen das eigentliche Debatt, vielleicht das vernünftige Debatt, weiß ich nicht, wenn der Ökonomie... Und das Ersatzdebatte. Jetzt, Herr Dr. Sontowski, wenn Sie vielleicht als Erster, weil Sie müssen ja in fünf Minuten weg und dann gehen wir noch einmal die Runde durch, ja? Ja, ich versuche das mal. Wobei ich würde gerne den letzten Hinweis aufnehmen, weil das schon ein, glaube ich, zentrales Element ist, auf welcher Ebene funkt man. Ich glaube, mit Ratio und Vernunft können Sie nur Menschen erreichen, die sich auf Ratio und Vernunft einlassen und die das auch als Kommunikationskanal begreifen. Der Rest wird dann eher ein aufklärerischer Aspekt sein, den Sie auch in der Sprache finden müssen, wo sich Leute gefühlsmäßig eingeschränkt fühlen. Um zu TTIP zu kommen, ich bin jetzt nicht der große TTIP-Experte, das hätte dann mein lieber Kollege machen müssen, aber was natürlich zentral von Anfang an war, das ist das, was der Kollege gesagt hat, ist das Thema der Transparenz. Nun weiß jeder, dass nicht Deutschland verhandelt mit den USA, sondern die Europäische Union. Das war schon mal, ich würde sagen, von Beginn ein Geburtsfehler, was die Kommunikation angeht und die Ansprüche an Transparenz. Man hätte viel, viel früher, aber hätte hätte Fahrradkette, hätte man eine Debatte führen müssen, die die Bevölkerung mit einbezieht, übrigens in allen europäischen Staaten, die das gleiche Recht hätten. Es ist ja interessant, dass in Deutschland die Debatte am heftigsten darüber ist, weil wir auch am heftigsten Fragen nach Transparenz austragen. Ich kenne keine ähnliche Debatte in Italien, ich kenne keine ähnliche Debatte in Großbritannien, ich kenne keine in anderen europäischen Nachbarländern. Das ist eigentlich auch ein Zeichen von demokratischer Reife. Ich glaube, da muss man die Bürgerinnen und Bürger durchaus loben, dass sie Fragen haben und die Fragen kann man ja nicht abtun, man muss sie beantworten. Wann kommen Sie in den TTIP-Lesesaal? Ich hätte jetzt böse gesagt, lassen Sie sich in deutschen Bundestag wählen, aber das wäre jetzt etwas spöttisch. Es ist eben das Problem, dass uns sowohl die europäische als auch die amerikanische Seite es nicht gestattet, dass jeder in diesen TTIP-Leseraum darf. Es dürfen nur Parlamentarier und es dürfen halt nur Regierungsbeamte. Daran und mehr Transparenz zu schaffen, arbeiten wir, aber wir arbeiten da immer auch in zwei Richtungen. Das, was der amerikanische Verhandlungspartner zulässt und das, was die Europäer auch selbst noch durchsetzen können. Trotzdem ist das ein, ich nenne das jetzt mal Pferdefuß in der Debatte, weil uns das nicht zu mehr Vertrauen führt und ich glaube, Sie haben alle recht und das Thema war ja eben noch mal Vertrauen. Die Deutschen sind, ich will jetzt nicht von Furcht wieder reden, aber sind verliebt in Sicherheit und Stabilität und nur, wenn das erschüttert wird, verlieren sie auch an Vertrauen, jedenfalls gegenüber ihren politischen Eliten, so war das jedenfalls bisher. Was die Dame angesprochen hat, mit dem Investitionsschutz, das ist das, was wir am ehesten versucht haben, auch ein bisschen zu erschüttern, indem wir von den privaten Investitionsschutz- oder Schiedsgerichten wegkommen, hin zu öffentlichen Gerichten mit Berufungsmöglichkeit. Auch da sind wir noch nicht am Ende des Ziels, aber ich glaube, mein Minister hat sich erfolgreich die letzten anderthalb Jahre dafür eingesetzt, dass wir dort etwas anderes hinbekommen. Grundsätzlich glaube ich, dass der Bürger und die Bürgerinnen anspruchsvoller geworden sind. Sie erwarten auch nicht in Anführungszeichen schlichte Antworten, sondern man muss sie auf die Komplexität bestimmter Folgen von politischen Entscheidungen auch verweisen. Deshalb mache ich es mir auch nicht leicht, weil das Simplifizieren bringt dann auch nichts oder etwas gut oder schön zu reden. Diese Debatte wird bleiben. Ich sehe auch die Veranstaltung heute als einen Ausschnitt in einem wirklich auf einem langen Weg wieder zu einem neuen Verständnis zu kommen. Man kann zumindest Politik, Wirtschaft und Wissenschaft nicht vorwerfen, sie würden nicht miteinander viel kommunizieren. Mein Eindruck ist, es gibt so viele Gespräche inzwischen, wir haben auch im Haus so viele Dialoge. Die Frage ist, verlässt das Konferenzräume wie diesen oder gehen wir auch vor Ort hin, wo es ein bisschen brennt und wo es auch mal unangenehm wird und der ganze Saal ist gegen sie. Da müssen sie dann einen starken Rücken haben und müssen sich auch mal verhauen lassen. Das ist am Ende das, das kennt Herr Fahren schon aus seiner politischen Zeit wahrscheinlich etwas ärger, als wir das kennen. Frau Professor Achtleiter. Danke, also ich möchte mich vielleicht einführen dafür, entschuldigen, ich bin ja als Betriebswirt relativ allein unter Volkswirten, als Beobachtung über den Tag, weil das war ja auch sehr kritisch und wenn ich das jetzt aufnehme, was Sie sagen, mit Sicherheit und Stabilität, dann würde ich als Betriebswirt sagen, die sind natürlich sowieso herausgefordert im Moment, dadurch, dass wir in einer absoluten Zeitenwende stehen durch eine Reihe von Dingen und vor allem durch die Digitalisierung, die ja nicht nur Industrie 4.0 heißt, künstliche Intelligenz, was alles kommt. Das wird ein gigantischer Umbruch werden, nicht nur für Jahrzehnte, sondern in grundsätzlicher Natur. Und die Frage ist jetzt, wie reagiere ich da drauf? Und ich glaube, da sollten wir statt Kritik nach vorne gerichtet das proaktiv sehen. So wie erfahren schon sagt, wir wissen, sehr viele Jobs werden wegfallen, weil das, was man sieht, ist, dass nicht körperliche Kraft ersetzt wird, sondern geistige Kraft auch noch ersetzt wird. Also wir werden in der Breite uns vorstellen können, was wegfällt. Gleichzeitig können wir uns fragen, was entsteht. Und es wird sehr viel entstehen, aber wir müssen uns proaktiv mit der Frage auseinandersetzen. Wir müssen uns dann auch fragen, wie sind eigentlich die Normen dieser Sachen, die da entstehen? Wir brauchen ja vollkommen andere Rechtsrahmen und das möchte ich genau aufgreifen von dem, was Sie gesagt haben, was ist die Ausbildung, die wir dann brauchen in der Digitalisierung, in den Universitäten, in den Schulen und positiv gesprochen. Wir haben ja sehr viele Leute, die an vorderster Front auch im Silicon Valley dabei sind. Wir hatten zum Beispiel letzte Woche an der Universität den weltweiten Technik- und Sicherheitschef von Google. Das ist ein Österreicher. Oder es gibt, wenn man sich Google zum Beispiel anguckt, erstaunlich viele Deutsche, die da drüben sind. Es gibt sehr viele Innovationen, die wir hier haben in Deutschland, weil sich was getan hat, die wir einfach verkaufen. Also ich glaube, wir müssen in eine aktive und dann dadurch sicherheitauslösende Debatte reinkommen, die Sie auch ansprechen, wie wir diesen Wandel geschaffen nach vorne, um das aufzunehmen, was Sie sagen. Und dadurch, dass wir dadurch eine aktive Debatte haben, auch eine andere positive Einstellung dazu kreieren, weil das Gegenbeispiel ist das, was der Kanton Graubünden gemacht hat seinerzeit in der Schweiz. Die hatten so viel Angst vorm Automobil, dass sie die Automobile einfach verboten haben in allen Straßen, Frau Graubünden. Und das hat 50 Jahre gehalten, bis es einen Volksentscheid gab. Ich glaube, also eine Haltung hier, wir verbieten jetzt manche Sachen, wir sind negativ dazu, wird uns glaube ich da aus meiner betriebswirtschaftlichen Sicht heraus nicht in die Zukunft bringen. Und wenn ich auch heute zugehört habe über die Daten, eine Volkswirtschaft ist ja nichts anderes als eine Aggregation auch von Betrieben und natürlich ein paar Sachen mehr. Aber wenn ich dann über die Daten reingehe, ich glaube schon, dass wir einen Bruch haben jetzt und dass wir uns fragen müssen, wie wir das nach vorne gestalten. Noch ein kurzes Schlusswort von Ihnen. Herr Sontoski, wenn Sie sich verabschieden müssen, dann tun Sie das ruhig. Dann geben wir Ihnen Ihren Schlussablauf jetzt. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, ganz herzlichen Dank. Und Ihnen auch weiterhin eine gute Diskussion. Dankeschön. Also ich glaube, man wird immer sagen, die Zeiten und die Fragestellungen, die momentan vorherrschen, waren neu, waren mächtig. Und insoweit glaube ich, ist man immer gut beraten, wenn man sagt, wo sind denn meine Stärken? Ich versuche meine Stärken zu stärken und versuche am Ende mich trotzdem den Herausforderungen zu stellen. Also quasi sich einigeln und irgendwie in die Furche drücken und sagen, das geht über einen hinweg, funktioniert nicht. Ich glaube, wenn wir uns mal überlegen, was macht die deutsche Gesellschafts- und Wirtschaftsstruktur aus, die ja auch ihren Niederschlag dann in den Wissenschaftsstrukturen hat, dann ist schon interessant, dass wir über Dezentralität, über den oft gescholtenen, aber am Ende dann doch sehr agilen Föderalismus und auch über die Stärke dann doch zu gemeinsamen Meinungen, Programmen und Initiativen zu kommen, dass wir es da in der Vergangenheit oftmals gar nicht schlecht gemacht haben. Wir stehen halt jetzt, ich glaube, Wolfgang Schäuble hat es in den letzten Tagen mal bemerkenswert formuliert. Wir haben so ein Rendezvous mit der Globalisierung, das uns auf breiter Front überall herausfordert. Und da kann man jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern man muss eben überlegen, wir haben Vorteile gezogen, wir haben ein bemerkenswertes Wohlstands und auch Wirtschaftsniveau erarbeitet und müssen jetzt da weitermachen. Ich finde eins interessant, um nochmal zum Schluss noch was zu sagen, wenn man mit denjenigen sich auseinandersetzt, die neue Entwicklungen auch propagieren. Die sagen interessanterweise, die Deutschen debattieren über Digitalisierung und Internet und so weiter, aber die zweite große, mächtige Entwicklung, die findet in Deutschland überhaupt nicht statt, ist die Frage, was sich in der Biotechnologie abspielt. Also ich habe auch verblüfft gelernt, wir kennen alle diese Technik 3D-Drucke und denken da an 3D-Druck Kunststoff und offensichtlich Stichwort 3D-Druck Organe. Und das ist eine Debatte, auf die wir, also ich war da völlig unvorbereitet, war echt überrascht und stelle einfach fest, das ist die zweite große, überragende wissenschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung, die stattfindet und die findet in Deutschland überhaupt keinen Niederschlag. Und da hätten wir, da bleibe ich dabei, da muss uns immer klar sein, wir können quasi da den Levitan machen und uns schlafen stellen oder wir können sagen, wir haben einen Beitrag zu leisten. Wir können an der Stelle auch uns einbringen und es ist am Ende immer besser, sich einzubringen, als wenn über einen anderen entscheiden. Davon bin ich zutiefst überzeugt, unabhängig, welche Fragestellung sich da aufmacht. Ja, Herr Fuß, jetzt haben Sie das letzte Wort und dann gebe ich Ihnen noch die Aufgabe mit, das mit einer positiven Botschaft zu verbinden für die deutsche Wirtschaft. Ja, vielleicht nur so viel. Ich glaube, dass beginnend mit der Dampfmaschine quasi normal ist, dass es immer wieder neue technologische Entwicklungen gibt, die sorgen für Unsicherheit und darauf muss man sich eben einstellen. Ich meine, eine der Stärken unseres Landes ist, dass wir einen Wohlfahrtsstaat haben, der Leute auch versichert. Es stürzt ja keiner in Armut, der seinen Job verliert durch die Digitalisierung. Das erlaubt uns ja auch zu investieren. Also wenn man versichert ist, dann kann man investieren. Wenn man keine Versicherung hat, ist das deutlich schwerer. Insofern sind wir dafür gar nicht schlecht aufgestellt. Jetzt vielleicht da noch ein bisschen was zum Gruseln. Wir müssen nüchtern feststellen, dass wir durch unsere Demografie ganz schlicht eben nicht gerade auf der Gewinnerstraße sind. Etwa die Unternehmensgründung, es kommen noch mal Statistiken, die Unternehmensgründung im IKT-Bereich haben sich seit dem Jahr 2005 halbiert, halbiert in Deutschland. Die Unternehmensgründungen sind insgesamt sind ungefähr 30 Prozent gefallen. Das liegt daran, dass Menschen Unternehmen gründen zwischen 30 und 45. Die Zahl der 30 bis 45-Jährigen ist um 25 Prozent gefallen. 25 Prozent in Deutschland. Allein durch die Demografie. Jetzt ist das so, daran können wir nichts ändern. Man sollte auch keine Angst haben. Wir müssen das Beste draus machen. Jetzt haben Sie geschafft. Dankeschön. Ja, Sie haben auch Talent zur Politik, falls Sie sich das mal überlegen sollten. Ja, ganz herzlichen Dank. Bitte stimmen Sie mit ein in den Applaus für unsere Podiumsteilnehmer. Und jetzt wollen mein Kollege Thorsten Rieke und ich Ihnen noch eine ganz kurze Zusammenfassung des heutigen Tages bieten anhand des entstandenen Graphic Recordings, was schon mal sehr schön aussieht. Ja, vielleicht sollte man einmal noch sagen, das, was Sie hier jetzt sehen, können Sie sich auf der Webseite des Stifterverbandes nochmal anschauen und auch runterladen. Das heißt, es geht Ihnen nicht verloren. Dirk, vielleicht fängst du an mit dem ersten. Ja, ich finde schon mal das Porträt von Herrn Professor Bachmann außerordentlich gelungen. Sollten Sie sich unbedingt anschauen. Vielleicht was für die Facebook-Seite. Ja, wir hatten angefangen, bescheiden wie wir sind mit der Zukunft der Makroökonomik. In der Keynote hat Herr Bachmann gesagt, es gibt eher eine Evolution als eine Revolution. Da gab es dann doch etwas Widerspruch. Also Herr Haukapp war eher der Meinung, in der Mikroökonomik gibt es durchaus eine Revolution, also sehr tiefgreifende Änderung. Wir haben auf jeden Fall in der Podiumsrunde festgestellt, dass es einige Binnenpluralität gibt, wenn auch der Konsens offensichtlich eher in die Richtung ging, jetzt bestimmte allzu heterodoxe Strömungen eher auszuschließen, was dann wiederum bei einigen im Publikum nicht so gut ankam. Also das heißt, ich habe das Gefühl, da ist eine lebendige, sehr leidenschaftliche Diskussion in dieser Disziplin, die noch ein paar Jahre weitergehen wird. Und ich mache mir von daher überhaupt keine Sorgen um die Anziehungskraft des Faches Volkswirtschaftslehre. Vielleicht noch ein Gedanke dazu, zu dieser Podiumsdiskussion. Wir haben es dann am Ende dann doch nicht ganz geschafft, auch über die wirtschaftspolitischen Auswirkungen der externen Einflüsse auf dem Makrobereich zu sprechen. Das heißt, wir sind da eher auf der methodischen Seite geblieben. Da wäre vielleicht nochmal eine Lücke zu füllen beim nächsten Mal. Ja, dann sind wir nach der Runde dann wirklich in die Praxis gegangen und haben gesprochen über Politikberatung an ganz konkreten Projekten. Ich glaube, das, was David Halpern uns an Ideen mitgegeben hat, was möglich ist und was auch anderen Orten schon ausprobiert wird, war sehr hilfreich. Viele Dinge, wo man sagen kann, okay, das mag noch nicht zu Ende durchdacht sein, in dem Sinn, dass wir erklären können, warum Menschen sich so dann anders verhalten, aber dass Wirkungen erzielt werden können mit Hilfe von Psychologie, muss man ehrlicherweise sagen, nicht immer Ökonomie, sondern da war viel Psychologie dabei, war sicher ganz wichtig. Der Abschluss der Diskussion, dass wir dann nochmal sehr auch auf den Bauchnabel geschaut haben und geguckt haben, okay, was muss ich eigentlich im Fach verändern, dass wir immer noch nicht angekommen sind, zumindest nach den Wortmeldungen der jüngeren Zuhörer, wo wir gerade am Beginn des Studiums in der Ökonomie Praxisrelevanz herstellen, sondern da gab es schon noch die Meinung, okay, man muss da erstmal durch. Ich bin mir nicht sicher, ob das der Weisheit letzter Schluss ist, sondern dass man da durchaus noch ein bisschen feilen kann, gerade am Anfang des Studiums mehr zu tun, um die Relevanz für die Praxis herzustellen. Ja, dann hatten wir den Teil zum Thema Ungleichheit mit den vier jungen Wissenschaftlern und Herrn de Reus. Ganz wichtiges Thema, was glaube ich auch die Akzeptanz unseres Wirtschaftssystems anbelangt, die wir ja dann im letzten Panel auch diskutiert haben. Es gibt auf jeden Fall den Eindruck und es gibt auch statistische Belege für eine wachsende Ungleichheit eben in Deutschland, zwar nicht in der Weltwirtschaft, aber doch in Deutschland und das wirft die Fragestellung auf, wie können wir Wachstum in Zukunft so gestalten, dass es inklusiver ist. Ich würde sagen, die Fragestellung ist vielleicht noch ein bisschen größer. Wir brauchen meines Erachtens eine gewisse Neufundierung der sozialen Marktwirtschaft, eine Verständigung, was kann soziale Marktwirtschaft im digitalen Zeitalter bedeuten und leisten und da ist die Bertelsmann Stiftung ja dankenswerterweise dran. Und dann hatten wir im letzten Panel die Frage gestellt, kollektive Intelligenz und ökonomische Vernunft ein Widerspruch. Also offensichtlich ja, wenn man zumindest unter kollektive Intelligenz so diese Weisheit der Masse versteht, die dann doch vielleicht nicht so weise ist, sondern sich sehr schnell von Parolen in eine bestimmte Richtung schieben lässt und da hätten wir vielleicht als Überschrift nehmen sollen, wenn ich es da schon gekannt hatte, zwischen Dogmatismus und Desinteresse. Also diese beiden Aggregatzustände der öffentlichen Diskussion, das fand ich sehr schön beschrieben aus Sicht eines politischen Praktikers. Wir sind dann im Laufe der Diskussion sehr stark auf das Thema Digitalisierung gekommen, also auch haben in die Zukunft geblickt und eigentlich festgestellt, dass wir da noch sehr wenig verstehen, was da in Zukunft abläuft, ob wir dann eine noch stärkere Polarisierung sehen, was das für den Arbeitsmarkt bedeutet, was das für die Gesellschaft bedeutet und ja, ich würde eigentlich auf den Punkt zurückkommen, wir brauchen eine neue Verständigung, was ist soziale Marktwirtschaft, was kann sie sein im Zeitalter der digitalen Wirtschaft und damit, jetzt wollen wir aber auch Herrn Frey noch mal kurz hier ins Scheinwerferlicht holen, der dieses wunderbare Graphic Recording angefertigt hat, ganz herzlichen Dank. Also ein echtes Schmuckstück und ich muss sagen, die meisten Referenten sehen dann noch ein paar Jahre jünger aus, also ganz wunderbar gelungen und dann würde ich mal sagen, danken wir Ihnen für Ihre sehr rege Beteiligung und freuen uns auf Ökonomie Neu Denken 4. Genau, vielen Dank und kommen Sie gut nach Hause. Ja, danke.